Hey, schön, dass du da bist. In meinem Podcast Kater sucht Freiheit geht es um ein Leben ohne Alkohol und das Aufwachsen mit Eltern, die trinken. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann abonnier gerne meinen YouTube-Kanal, bewerte den Podcast auf iTunes oder schreib mir einen Kommentar unter meine Videos. Und zu guter Letzt kannst du mir auch noch auf Instagram folgen, da bin ich nicht nur persönlich für dich erreichbar, sondern poste regelmäßig Geschichten rund um das wundervolle Leben ohne Alkohol. Und nun, viel Spaß mit der heutigen Folge. Deine Jana Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. In der heutigen Podcast-Folge soll es darum gehen, wie mein Umfeld reagiert hat, als ich mit dem Alkohol aufgehört habe. Mein Umfeld hat tatsächlich hauptsächlich überrascht reagiert, weil niemand gedacht hätte, dass ich meinen Umgang mit Alkohol damals problematisch angesehen hätte und früher ja auch nie so wirklich darüber geredet habe, wie es mir geht und was mich so beschäftigt und das damals ja mit dem Alkohol tatsächlich auch einfach gar nicht selbst gewusst habe. Für viele meiner Freunde war das auch gar nicht so leicht zu verstehen, dass ich die Entscheidung getroffen habe, weil sie selbst ja auch genauso viel getrunken haben wie ich, genauso häufig immer mit mir feiern waren und so. Und das war für sie so ein bisschen schwer zu verstehen, warum das jetzt plötzlich problematisch sein soll. Weil ich ihnen durch mein Aufhören ja quasi auch den Spiegel so ein bisschen vorgehalten habe und sie sich dann so ein bisschen die Frage hätten stellen müssen, ist das jetzt selbst problematisch, ihr eigener Konsum? Und das wollten halt einige einfach nicht. Ja, die wollten nicht über ihren eigenen Alkoholkonsum nachdenken oder sie wollten ihn auch nicht verändern. Und ja, das muss ja auch jeder selber wissen. Aber deswegen war das so ein bisschen am Anfang für einige schwer zu verstehen. Ja, und es kam auch häufig so, das ist zu extrem, was du da jetzt machst, weil das ja auch einfach noch gar nicht so in der Gesellschaft angekommen ist, dass man einfach überhaupt kein Alkohol mehr trinkt. Aber nachdem ich dann mit meinen Freunden Gespräche darüber geführt habe, warum ich das jetzt mache, meine Gründe so dargelegt habe, da haben das dann eigentlich auch alle akzeptiert. Und seitdem kamen dann auch keinerlei Nachfragen mehr. Das wurde auch einfach nicht mehr in Frage gestellt. Von außen, so von Fremden oder Bekannten, kamen dann schon ein paar Mal so die Aufforderung, doch was zu trinken und ein Bier geht doch und sowas halt. Da wurde das Nein eher nicht so akzeptiert. Da muss ich aber sagen, da bin ich auch relativ rigoros und werde es auch immer mehr, weil ich einfach nicht finde, dass man sich dafür rechtfertigen sollte, keinen Alkohol zu trinken. Ich meine, das ist in dem Sinne der Urzustand des Menschen, dass man nüchtern lebt. Und warum muss ich mich jetzt dafür rechtfertigen? Bloß weil das in unserer Gesellschaft so angekommen ist. Ich finde das einfach, ich verstehe das nicht und ich möchte das auch gar nicht so weiter unterstützen. Und je nach Lust und Laune sage ich dann halt meine Sätze oder sage sie auch nicht, rechtfertigen mich auch einfach nicht, weil ich nicht finde, dass das akzeptabel ist und getan werden sollte. Ich kann aber natürlich gut verstehen, dass man die Angst hat, dass das Umfeld nicht so wirklich verständnisvoll reagiert. Ich hatte da tatsächlich Glück, aber das ist halt nicht bei jedem so oder manche reagieren da einfach anders. Man muss sich da aber immer vor Augen führen, dass das enge Umfeld, also die wirklich guten Freunde, die Familie, ja möchte, dass es einem gut geht, dass man glücklich ist, wenn man ihnen am Herzen liegt. Und wenn man diesen Personen ehrlich sagt, warum man das tun möchte, warum man nüchtern leben möchte, welche Gründe dazu geführt haben und vielleicht auch schon ein paar Fakten, die man sich angelesen hat, mit einführt, dann bin ich mir hundertprozentig sicher und habe das auch bei sehr, sehr vielen anderen schon erlebt, dass Freunde und Familie das dann auch verstehen. Wer das dann wirklich nicht versteht, der ist entweder kein wirklicher Freund oder, und das sollte man tatsächlich immer im Hinterkopf haben, hat vielleicht sogar selbst einen problematischen Umgang mit Alkohol, sieht das aber noch nicht oder will es noch nicht sehen. Da finde ich es schon auch wichtig, dass man das eben im Hinterkopf behält und das Verständnis dafür auch ein bisschen aufbringt und vielleicht sich selbst dann mehr so als ein positives Vorbild sieht, dass man demjenigen sein kann. Grundsätzlich finde ich, dass man sich, wie ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, von niemandem rechtfertigen muss. Man braucht von niemandem die Erlaubnis, kein Alkohol zu trinken. Ich finde es auch vollkommen legitim, wenn man am Anfang erstmal so Ausreden sagt, vor Fremden oder Bekannten oder auf irgendwelchen Partys, dass man gerade Medikamente nimmt oder dass man noch Auto fahren muss oder dass man irgendwie einen Detox-Monat oder ein Detox-Jahr oder sowas macht. Wenn man dann später oder manchmal auch gar nicht mit den wahren Gründen zu diesen Leuten nach außen dringt, finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Ich denke aber, dass es tatsächlich wichtig ist, das enge Umfeld sehr früh mit einzuweihen, auch weil die einen dann eben viel besser unterstützen können und wenn sie es noch nicht verstehen, ja auch ein bisschen so destabilisieren können. Aber nicht aus schlechter Absicht, sondern einfach, weil sie es vielleicht noch nicht verstanden haben, weil man es ihnen noch nicht dargelegt hat. Natürlich kann es sein, dass man Freunde verliert, wenn man aufhört, Alkohol zu trinken und sie das vielleicht uncool finden oder man nichts mehr gemeinsam hat oder so. Dann sollte man sich aber wirklich vor Augen halten, dass das nie wirkliche Freunde gewesen sind. Man sollte einfach froh sein, dass sie weg sind, denn im Ernstfall wären diese Leute einfach nie vor einem da gewesen. Und was ich wirklich versichern kann, es kommen neue Freunde mit der Nüchternheit, auch wenn man das jetzt vielleicht noch nicht sieht, aber sie kommen und sie sind so viel besser, die Gespräche sind so viel intensiver, so viel tiefer, so viel verständnisvoller, so viel lustiger. Es ist einfach, ich finde es wundervoll, wie die Freundschaften sich entwickeln, wenn man nüchtern ist. Und man sollte sich auch vor Augen halten, dass es ja eigentlich ganz gut ist, wenn diese Saufkumpanen hinten runterfallen, weil man dann durch diese Leute auch keine Trigger mehr bekommt. Oder nicht die Sehnsucht, dass man das hat, was man früher mit ihnen hatte. Oder dass vielleicht ja auch Leute sind, die einen erst unbedingt dazu bringen wollen, wieder mitzutrinken. Und dass vielleicht am Anfang noch nicht so cool ist und man das irgendwie noch nicht so gut aushalten kann oder noch nicht so sich da abgrenzen kann. Deswegen ist das theoretisch auch gar nicht so schlecht, wenn die relativ schnell oder vielleicht von alleine schon so ein bisschen hinten runterfallen. Mich würde jetzt auch mal interessieren, wie eigentlich euer Umfeld reagiert hat, als ihr keinen Alkohol mehr getrunken habt, was ihr da so erlebt habt, oder auch welche Ängste ihr jetzt aktuell noch habt, wenn ihr noch nicht damit aufgehört habt. Schreibt mir das mal super gerne in die Kommentare bei YouTube oder auch bei Instagram. Was ich auch noch wichtig zu sagen finde, ist, dass wenn man anfängt, darüber zu sprechen, dass man nicht mehr trinkt, es häufig vorkommen kann, dass der oder die Gesprächspartner in sich angegriffen fühlt, weil man eben der Spiegel ist, der ihnen vorhält, dass man nicht mehr trinken kann, dass das möglich ist, aufzuhören. Und das dann passieren kann, dass es die Person aus irgendeinem Grund triggert. Ich finde, man sollte dann an diesem Punkt entweder das Gespräch, vor allem, wenn die Aussagen dann irgendwie aggressiv, fordernd oder haltlos werden, sachlich abbrechen. Oder sich eben vorher gut mit Fakten zum Thema Alkohol vertraut machen, um die dann einbringen zu können in das Gespräch und gut argumentieren zu können und sich selbst auch nicht so aus dem Konzept bringen zu lassen, falls man jetzt auch noch relativ frisch in der Nüchternheit ist oder vielleicht sogar in einer Situation, in der man früher getrunken hat und die Person einen dann zum Trinken bringen möchte. Dass man da einfach so ein bisschen vorbereitet ist. Wenn ich heute jetzt irgendwo bin, wo man mir etwas zu trinken anbietet, dann entscheide ich so nach Person, die mir gegenüber sitzt, nach Situation oder auch nach eigener Stimmung, was ich sage, warum ich nicht trinke. Aber wenn ihr wollt, kann ich dazu auch noch mein eigenes Video machen. Ich habe da schon ein paar Mal nämlich Nachfragen dazu bekommen. Wenn euch das interessieren würde, schreibt mir das gerne. Dann mache ich da noch einen eigenen Podcast oder ein Video dazu. Ja, soviel erstmal zu mir und wie mein Umfeld darauf reagiert hat, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Ich danke dir jetzt erstmal fürs Zuhören und wünsche dir eine schöne Woche. Bleib klar im Kopf. Deine Jana